Ja, erzähl ich mich wieder, wir vergessen. Ich weiß ja gar nicht, wer in den Händen geht. Ich hab in dem ersten Semester, weil ich mit einer Vorlesung gemacht habe, es gibt drei Stunden wieder und ich saß Berlin, komplett häng ich jetzt seit 20 Jahren. Und dann hab ich nur...